Kann es nicht sein. Ich meine, das ist zwar sein Siegel, aber Two starb beim Angriff derselben Schatzflotte wie Avery. Ja, zumindest heißt es so in den Geschichten. Falls das wirklich Two's Zeichen ist. Was hat er dann mit all dem hier zu tun? Eine verdammt gute Frage. Was glaubst du, wir diese Typen sind? Die, die unwürdig sind, denke ich. Ich glaube, Avery oder so.